also Watt Dürfnberg ich habe jetzt die Krippe Server gefunden aber der lebt übertrieben Alter ich stand vor der Lava einfach so und irgendwann irgendwas hat mich einfach da reingeschubst jetzt bist du gestorben ja aber die Sache ist die die Sachen liegen da drauf aber die meisten Sachen sind weg wenn nur eine Karte und die bringt uns auch nix die anderen Sachen war nur die Karte ein Diamant und so also nix großartiges und das ist jetzt nein äh nur die Karte ist weg und und Waffen aber das bräuch ich eh nicht ich bin aber gerne ich brauche mich kurz jetzt ich gehe jetzt einfach da rein Alter der Baum ist gewachsen also Knochen Mensch ich gehe jetzt da rein ich opfer mich jetzt hallo hab ich schon was er da haben hallo stillt kommt geh und darauf wie konnte das families im letzten bloß noch so auch noch so auch noch gehen 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 ja ich hab's geschafft ich hab's geschafft er müssten ding machen der leder und ne eisen rüstung oder halt doch mcler and iron arm also eisen haben wir hier vier blöcke könnte uns daraus eine rüstung machen haben wir genug aber für wie viel für einen oder für zwei ich glaube für beide er hat die wort kriegen sie das eisen dann aus eisen und das leder können wir gar nicht haben ja ich habe jetzt das eisen geteilt du bekommst 18 bacher und ich habe dass das land nicht da einer macht sich leder oder einmal eine leder rüstung einmal eine eisen rüstung und dann können wir teilen er und ich mach da mal eine komplette eisen ist 6 Schupex und wie kommen wir zu dem Haus müssen uns hinbauen da schwebt ein zombie wie süß alter warum hier fliegen die zombies was möchtest ich würde mal vorschlagen wir bauen uns und da oben halt die kühe irgendwie dass wir dann genug jeter also ich kann zwei nebauen dann kann man die da rein warum kann ich mich nicht zu dir teleportieren ich weiß nicht ich weiß nicht gib einfach Slash Spawn ein ach so ok gut so ich nimm nochmal das ganze Holz oder Planks passen Planks diese Bretter oder was Planks wenn du Holz verarbeitet ist also ich dachte schon das wäre gut Alter wieviel Endermans hier rumlaufen heißt es Endermänner ne 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 S ja sind ja und wenn eine Pelle Ende er jetzt heißt zu diesem Sporn fliegen aber nicht mehr zurück wir brauchen zwei Stück wie wir brauchen aber auch schon ein Führer aufgaben aber das ist besser wenn wir darüber gehen oder wir haben hier dann noch genug Endemands erstmal gehe ich dann darüber dafür brauche ich aber zwei Stück da muss noch mal ein Enderman Köln so ich habe jetzt ein paar zwei Näge die Karte ist echt hilfreich weil man da nur so einen kleinen grünen Fleck sieht und der Pfeil wo ich bin größer ist als die Insel schon ein bisschen scheiße ne würde ich es mal sagen ja stirbst du jetzt mal endlich dass man die hier alle Hälfte Stünde du hast jetzt bohren ich weiß jetzt nicht mehr mich hoch und Stieb doch ich komme gerade gar nicht mit und zwei Endermänner Grieven ist nicht erlaubt die Geräusche greifen die eigentlich nicht mehr an wenn man gut und schwingt das ist oder mich auch köln komm her oder ist blöd ich mag kein ist hier ist gut hast du hier eigentlich schon wölfe gesehen sollte ich das ja da stand irgendwie müssen noch ein wolf ziehen so nicht so nicht so flucht wegen also ich will mit dem tägliche Päckchen die Zombies können sehen aus wie Halk wie Halk oder was ist da die am Schuppen oder sowas oder das ist ein Lego-Männchen ich bin mir nicht sicher aber die sehen lustig aus oder so Blätter irgendwie ich habe schon Eisenstadt Nein ach du scheiße BATZ 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 ich wette das eine Küste ne nee aber ich weiß man ist warte war das hier und dann wäre hier irgendwo diese Kiste gewesen ach eine Kiste zwei wie viele Kisten haben wir jetzt dreihens gespielt ich habe drei Stücke nein ich habe zwei doch ich habe drei Stücke gefunden wie schloss oder nur eine Karte drin ja wie viele Kisten hast du schon insgesamt äh zwei zwei ja also mit der jetzt gerade eben mhm ja okay okay also du hast zwei ich habe drei noch zwei Kisten wo waren die denn ah ich weiß wo aber da wo die ganz vielen Zombies waren weißt du noch ja das ist das ja aber wie kommt man da hin ja das ist ah der Ender mich greift mich an alter Sterber ich sterbe ah ah warum hast du kein Skin drin ich habe eigentlich ich habe ein Skin nur mit Mein Schaft aber ich sehe die Leute hast du Mein Schaft oder was ja ich habe es mir noch nicht gekauft aber nächste Woche oder so du hast keinen auch wieder alles Minecraft oh my god aber das sch Ruhl Strommel das Holz weg wenn ich erst mal meinen Premium-Account das war schön warum das ist uns nicht die Hanger Gäste